Du bist seit einem halben Jahr arbeitslos. Deine Eitel weiß von nichts. Wo sollen das hinführen? Meine Frau hat das Jugendamt eingeschaltet. Ich darf meinen eigenen Sohn nicht mehr sehen. Barry, wir werden Stripper. Das Ganze ist natürlich nur für Ladies, okay? Weil die, die müssen wir so richtig schön scharf machen, ne? Ihr Tiger, ihr! Womit denn bitte? Ja, mit Strippen. Zieht euch mal aus. Moment mal, du meinst doch nicht im Ernst jetzt hier, oder was? Ja, natürlich. Wenn ihr es voreinander nicht könnt, wie soll es dann vor den Weibern klappen? Hier, guck mal, die werden uns genauso begaffen. Wer denn? Ja, die Frauen zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu kurz, zu lang. Jetzt komm mal wieder runter, Heißluftballon. Und jetzt, Jungs, die Unterhose. Was sagt ihr? Schlüpfer runter. Jetzt schminkt er ja wohl total. Hosen runter, Lümmel raus, aus die Maus. Hosen runter, Lümmel raus, aus die Maus. Hosen runter, Lümmel raus, aus die Maus. Lümmel raus. Hosen. Eben. Hier, desto. Vielen Dank.